San Harib Malki Sabach ist ein türkisch-syrischer Fußballspieler aramäisch-assyrischer Herkunft. Nach seinem Wechsel zu Kasim Pasa erhielt er die türkische Staatsangehörigkeit und belegt somit kein Ausländer-Kontingent in den türkischen Ligen. Da Sabach Sohn einer türkischen Mutter ist, hatte Sabach Anrecht auf die türkische Staatsangehörigkeit. Mit der türkischen Staatsangehörigkeit musste er auch einen türkischen Nachname annehmen und erhielt so den Namen San Harib Büyüksal. Laufbahn im Verein Malki spielte in der Jugend für Royal Union Serp Gilleuse, wo der Stürmer sich schließlich auch in den Kader der ersten Mannschaft spielte. Von dort wechselte er, nach neun Toren in 16 Spielen in der EX-KUJ-League. In der Winterpause 2005-06 in die Jupiler League zum KSV Röselare für eine Ablösesumme von 15.000 Euro. Hier blieb er ein Jahr und wurde dann zum Januar 2007 zu Germinal Bischot Antwerpen weiter transferiert. Unter Trainer Ham van Feldhoven hatte er hier seine erfolgreichste Saison mit 16 Treffern in der Liga. Die Mannschaft erreichte das Halbfinale im Pokalwettbewerb. Im August 2009 wechselte er zum Liga-Konkurrenten SC Lokarin. In der Rückrunde 2010-11 wurde an den griechischen Verein Pantrakikos ausgeliehen. Zur Saison 2011-12 wechselte er in die Niederlande zu Roda J.C. Kerkrade, bei dem mittlerweile sein ehemaliger Antwerpener Trainer van Feldhoven arbeitete. Zum Sommer 2013 wechselte er in die türkische Super League zu Kasim Pasa Istanbul in der Nationalmannschaft. Malki besitzt neben der syrischen auch die belgische Staatsbürgerschaft, dennoch entschied er sich für Syrien zu spielen. Sein Debüt bestritt er am 8. Juni 2008 in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010 gegen Kuwait. In seinem dritten Spiel schoss er im selben Wettbewerb sein erstes Tor gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017